Guten Abend allerseits. Es ist mein erstes Mal hier und ich freue mich sehr, hier zu sein und auch gleich was zu Exportkontrollen erzählen zu dürfen. Vielleicht vorneweg kurz zur Person. Ich bin Adrian. Ich habe einen Hintergrund eher im Bereich von Menschenrechten. Bin relativ neu bei der digitalen Gesellschaft, war vorher bei Human Rights Watch hier in Berlin und habe zu dem Thema relativ intensiv gearbeitet. Und war da vor einem Jahr mit dem Auswärtigen Amt in New York und habe da auch internationale Erfahrungen für dem Thema. Und dann hat sich das ergeben, dass ich jetzt bei der digitalen Gesellschaft angefangen habe. Genau. Vielleicht, bevor ich hier auch direkt ins Thema einsteige, zur Einführung ein bisschen. Warum ist das Thema Exportkontrollen für Überwachungstechnologien wichtig? Es ist mittlerweile bekannt, dass Technologien aus der EU in die Hände von Diktaturen und repressiven Regimen gelandet ist. Und diese benutzt wird, um die komplette Datenüberwachung von kritischen Stimmen und anderen Meinungen zu überwachen. Und also kurz jegliches Aufbäumen von irgendwelchen anderen Meinungen zu unterbinden. Und das heißt, dass Journalisten oder politisch Andersdenkende oder Minderheiten auch zensiert werden, eingeschüchtert werden und in den schlimmsten Fällen auch einfach verschwinden oder auch gefoltert werden. Und das ist von konkreten Szenarien, vor allem in Syrien, auch in Libyen und in Bahrain bekannt. Aber insgesamt in der Mena-Region und auch in Zentralasien kann man stark davon ausgehen, dass Technologien von westeuropäischen Anbietern da sind und wirklich zu sehr, sehr gravierenden Menschenrechtsverletzungen führen. Deshalb ist es sehr wichtig, dass man sich mit dem Thema befasst und ich dachte, ich gebe euch einfach einen kleinen Zwischenbericht, zu was gerade international passiert ist, im Wassener-Arrangement, im Wassener-Abkommen, dann ein bisschen auf die EU-Ebene einzugehen und im letzten Teil nochmal auf das Außenwirtschaftsgesetz und der Außenwirtschaftsverordnung in Deutschland kurz einzugehen. Das Wassener-Abkommen. Als Hintergrund, also das Wassener-Abkommen ist der Nachfolger von der COCOM, das ist ein Abkommen aus der Zeit des Kalten Krieges, wo westliche Staaten sich koordiniert haben, vor allem gegenüber dem Ostblock, Waffenexporte und Dual-Use-Technologien zu limitieren. Das Wassener-Abkommen hat 41 Mitgliedstaaten und man muss vielleicht dazu sagen, dass sie auch durch diese Geschichte sehr gut darin geworden sind, diese Sachen zu koordinieren und dieses Exportverfahren zu implementieren. Das Wassener-Abkommen hat einige sehr wichtige Funktionen und zum einen werden Richtlinien und Best Practices besprochen, es hat ein ständiges Sekretariat, Jahresplenarsitzungen von Mitgliedstaaten, Arbeits- und Expertengruppen, Entscheidungen werden im Konsens getroffen. Und vielleicht am allerwichtigsten, es gibt oder am interessantesten gerade für uns Kontrolllisten und zwar eine zu die Ammunition-List und die Dual-Use-List, also Doppelverwendungszweck. Und es ist international der Grundstein für Exportkontrollen und in diesem Forum wird halt auch besprochen, welche Dual-Use-Güter überhaupt eine Lizenz benötigen. Das Interessante am Wassener-Abkommen ist, dass innerhalb der EU, dass direkt zu einer EU-Verordnung, Dual-Use-Verordnung umgewandelt werden und die dann auch direkt bindendes nationales Recht der Mitgliedstaaten. Außerhalb der EU funktioniert das so, dass das Wasserabkommen direkt in nationales Recht umgewandelt wird, also wie zum Beispiel in der Schweiz. Und einige nicht-wassernahe Staaten orientieren sich allerdings auch an dem Abkommen, das ist unter anderem Israel. Und das ist natürlich ein wichtiges Forum allgemein für die Normentwicklung, was diese Doppelverwendungszweck-Technologien angeht. Wer ist alles in Wassener drin? Das ist einerseits, hier habe ich ein kleines Diagramm gemacht, die EU-Staaten, dann in Südamerika, Mexiko und Argentinien. Südafrika ist auch dabei, Russland, dann Norwegen, die Schweiz, Türkei, Ukraine, Japan, Südkorea, Australien, Neuseeland und USA und Kanada. Was natürlich alles, vor allem auch Russland und USA, sehr wichtige Mitspieler in diesem Bereich sind. So, dann, was steht zu Überwachungstechnologien in Wassener? In 2012 wurde in der Munitions-Liste die Kategorie Electronic Equipment eingeführt. Das sind vor allem Electronic Countermeasure, Electronic Countermeasure Equipment, Design for Military Use. Dann Mobile Telecommunications Interceptions, das sind die sogenannten IMSI-Catchers. Ja, das ist relativ klar. Was interessanter wird, ist, dass in 2013 zwei neue Kategorien eingeführt worden sind und das sind einmal die Intrusion Software. Und die Intrusion Software ist vor allem interessant, weil von der Sprache her das sehr auf ein Produkt, auch ein Produkt, das auch in Deutschland hergestellt wird, nämlich Finn Fischer, die Sprache sehr ähnelt. Also man sieht nämlich in der Definition, Intrusion Software ist software specifically designed or modified to avoid detection by monitoring tools or defeat protective countermeasures. Und das ist auch genau die Sprache, die zum Beispiel Finn Fischer oder auch Hacking Team benutzt, um in ihren Marketingbroschüren, um die zu verkaufen. Und dann haben die quasi diesen Teil der Technologie genommen und anvisiert und für die Definition benutzt. Es gibt aber hier einige Probleme, auf die ich auch hinweisen möchte. Und zu einem hat diese Definition, oder so auch wie das aufgebaut ist, ein paar unbeabsichtige Folgen. Und eine Sache, auf die wir immer hinweisen, ist, dass die Gefahr hier besteht, dass die Definition über das Ziel hinausgeht. Im Englischen gibt es das schöne Wort Overreach. Und das Problem, was wir sehen, ist, dass diese Definition, es geht hier auf der zweiten Seite nämlich auch weiter, wohl auch Technologien beinhalten könnten, die einen legitimen Sicherheitsnutzen haben. Es sind zwar hier in den Technical Notes angegeben, oder hier genau, in den Notes, Intuition Software does not include Hypervisors, Debuggers, Software Engineering, auch DRM Software. Aber was hier nicht gelistet wird, komischerweise, sind gerade Security Software for Penetration Testing, also die gezielt Sicherheitslücken suchen. Und das ist eine Sache, auf die wir hinweisen, dass das eine mögliche Gefahr ist, dass diese sehr legitime Software auch in diesem Bereich eingefangen werden könnte. Ein anderes Problem ist auch, dass diese Definition, auf die ich hier schon eingegangen bin, mit dem specifically designed or modified to avoid detection by monitoring tools, auch einerseits die Definition eingrenzt, weil es die Technologie, die Software auch ebenfalls gibt, die vielleicht nicht explizit die Antiviren-Software oder Antivirus-Software umgeht, sondern auch mit der User runtergeladen hat, ohne darüber informiert zu sein quasi, also getrickt wird. Und das umgeht natürlich so ein bisschen diese Definition. Und deshalb ist es auch sehr wichtig, dass man das in der Sprache vielleicht verändert, beziehungsweise dass man das eingehen muss. Dann der andere Bereich, der sehr interessant ist, der eingeführt worden ist, ist die IP-Network-Surveillance-Systems. Dieser Bereich wurde so ein bisschen von der Sprache auch her sehr darauf, in Bezug auf eine französische Firma, Amsis, deren Ego-System zugeschnitten. Und hier ist wieder das Problem, also diese Technologie ist quasi das Deep-Packet-Inspection-Technology, sie kann die Datenströme ablesen, beziehungsweise einfangen. Und hier ist wieder ein Problem, das, wie man in der Sprache schon sieht, diese IP-Network-Communication-Systems kumulativ ABC und zweitens AB beinhalten müssen. Und das sind Analysis of the Application-Level, erstmal Carrier-Class IP-Network, Analysis on the Application-Level, Extraction of Selected Metadata, etc., etc. Und wie ich es als sehr, sehr limitierte Definition sehe, dass man nur Analysis on the Application-Level, also Layer 7, nimmt, und nicht die darunter liegenden, wo durchaus auch die relevanten, auch relevante Informationen drin stecken. Das heißt, Software, die nicht diese ganzen Sachen, diese ganzen Kategorien, Kriterien erfüllen, werden auch nicht von diesem, ja, auf dieser Liste eingefangen quasi. Und, ja, was durchaus ein Problem ist. Zur Dual-Use-Verordnung. Also die letzte Dual-Use-Verordnung wurde im Jahr 2010, 2009 verabschiedet. Sie hat danach zwei Jahre gedauert, es hat zwei Jahre lang gedauert, um die dann zu aktualisieren. Die neuen Kategorien der 2013-Liste sollen dann im Sommer 2014 in Kraft treten. Wie ich schon vorhin kurz angemerkt hatte, der Vorteil ist durch die Dual-Use-Verordnung, ist, dass das direkt national bindendes Recht für die Mitgliedstaaten werden. Das bedeutet dann nicht, also das bedeutet, dass es ein kongruentes Vorgehen innerhalb der EU gibt und nicht die einzelnen Mitgliedstaaten dann noch alleine diese neuen Wassena-Gesetzgebung, also in ihre Gesetzgebung um, einführen müssen. Und auch ein sehr interessanter Aspekt der Dual-Use-Verordnung, auf den ich nochmal kurz eingehen möchte, ist der Artikel 8, der Mitgliedstaaten ermöglicht, bei der Ausfuhr von Gütern mit doppeltem Verwendungszweck aus Gründen der öffentlichen Sicherheit oder aus Menschenrechtserwägungen die Ausfuhr zu untersagen oder eine Genehmigungsvorschrift einzuführen. Das ist passiert in Italien, wo eine italienische Firma Area SPA unter massiven öffentlichen Druck geraten ist, weil sie ihre Technologie in Syrien gefunden wurde und der italienische Staat daraufhin in Bezug auf Artikel 8 einen Export dieser Technologie untersagt hat. Und das ist, glaube ich, ein sehr wichtiger Mechanismus, den man auch in Deutschland eintragen müsste, denn es gibt die Möglichkeit, hier nochmal wie eine Art Sicherheitsklausel zu haben, auf die man möglicherweise nochmal eingehen könnte. Das Problem natürlich ist, dass der Schaden da schon eingerichtet wurde. Also die Technologie, Area SPA, die Überwachungstechnologie, wurde in Syrien schon eingesetzt und das quasi im Nachhinein dann gemacht wurde. In Deutschland sind die wichtigsten Instrumente hier das Außenwirtschaftsgesetz und die Außenwirtschaftsverordnung. Diese wurden erst im September 2013 massiv überarbeitet, um gerade mit den EU-Dual-Use-Normen in Einklang zu bringen. Wie ich schon sagte, braucht man diese Gesetze gar nicht, wenn man weiß, dass die Dual-Use-Ordnung ja direktbindendes Recht sowieso in Deutschland ist. Trotzdem geht die Liste über die vorhandenen Mechanismen weit hinaus und man könnte das als so eine Art Extra-Absicherung sehen. Das ist, wie gesagt, in diesem Fall gar nicht notwendig, denn es wäre viel mehr zu bevorzugen, dass das Ganze auf EU erst mal passiert. Trotzdem ist das Recht der Bundesregierung einschränkend durch diesen Artikel 8, den ich gerade hingewiesen habe, gerade aufgrund von Menschenrechten, sowohl im Außenwirtschaftsgesetz oder in der Außenwirtschaftsverordnung nicht enthalten. Und wir es sehr wichtig fänden, dass das zum Zuge käme, dass dieser Artikel auch im deutschen Recht, vor allem entweder in der AWV oder in der AWG, irgendwann enthalten ist. Dies könnte entweder passieren, also die AWV kann alleine durchs Wirtschaftsministerium im Einklang mit dem Auswärtigen Amt bei kleinen Veränderungen gemacht werden. Ansonsten benötigt man hierfür das gesamte Bundeskabinett. Ja, genau. Das war so die kurze Übersicht dazu. Ich wollte nur noch mal dann kurz zusammenfassen. Es gibt, wie ich beim Wassener Abkommen zeigen wollte, auch Gefahren und Probleme bei der Exportkontrolle, nämlich, dass diese Kategorien oft zu breit, also über das Ziel hinausgehen, oder oft und dadurch sehr legitime Sicherheitstechnologien und Software mit einfangen. Gleichzeitig sind auch oft die Definitionen nicht präzise genug und entscheiden ist natürlich dann auch, wie das dann umgesetzt wird. Klar ist es sehr wichtig, die Sprache richtig hinzubekommen, aber dann muss man, in Deutschland ist die BAFA und der Zoll, sind die relevanten Behörden, die dafür zuständig sind für die Ausfuhrkontrollen, dass das dann auch so passiert, wie es dann, ja, dass die Technologien, wie zum Beispiel die Finn Fischer, Hacking Team, so Sachen dann von den Dual Use Verordnungen angegeben, dass die dann auch eingefangen werden und die legitimen, die Sicherheitssoftware eben nicht. Und da muss man ein sehr genaues Auge drauf behalten und das auch sehr nah mitverfolgen und das tun wir auch. Und ja, und ich denke, das war es erst mal und dann werden wir erst mal bei der Ukraine, denke ich, weitermachen. Hat dazu noch jemand eine Frage oder einen Kommentar? Ich sehe keine Hände.